Moin Leute, Pyrosadie hier mit einem neuen Video zur Fortnite Crew, in dem ich euch zeige, was das Abo im Juli beinhaltet. Ich weiß, ich weiß, ich bin spät dran, aber ich lag die letzten Tage komplett flach und konnte kein Video machen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und deshalb reiche ich das Video jetzt quasi nach. Auf Twitter hatte ich es aber direkt gepostet. So ein kleiner Tweet ist schnell gemacht und geht auch vom Bett aus, daher folgt mir am besten auch auf Twitter. Ansonsten ist alles wie gehabt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich wirklich freuen. Fragen wie immer einfach in die Kommentare. Dann noch einmal als kurze Info vorab, ich gehe nicht generell auf das Fortnite Crew Abo ein, sondern nur auf die Inhalte und Neuerungen, die uns im Juli erwarten. Wer Basis-Infos im Inhalt braucht und vorgerechnet haben möchte, ob sich das Ganze lohnt, der kann jetzt am oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken. Denn dazu habe ich bereits ein anderes Video gemacht. Aber gut, kommen wir zu den Vorteilen für Juli. Dafür schauen wir uns einmal die offizielle Infoseite an. Im Juli besteht das Crew Pack aus einem Skin mit zwei Stilen, Phaedra, einem Backbling, einer Spitzhacke, einem Gleiter und einem Ladebildschirm. Neben den Cosmetics sind natürlich auch wieder 1000 V-Bucks und der Battle Pass Bestandteil des Abos. Auch das sieht man auf dem Bild, die gehören aber ja eh immer dazu. Das war aber noch nicht alles, denn Epic legt im Juli auch noch Rette die Welt obendrauf. Das ist schon ein sehr krasses Paket. Die Cosmetics sind schon gut und wer schon immer einmal mit Rette die Welt geliebäugelt hat, der hat hier ein richtig gutes Angebot vorliegen. Ansonsten gibt es keine weiteren Inhalte, was wiederum bedeutet, dass es sich momentan nicht lohnt, ein dauerhaftes Fortnite Crew-Abo abzuschließen. Warum dem so ist und wie ihr zwei Fortnite Crew Packs zum Preis von einem bekommt, erfahrt ihr, wenn ihr einmal um rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klickt. Okay Leute, ich würde sagen wir sind durch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, ihr kennt das Spielchen. Vielen Dank für euren Support.